Hallo liebe Schützen, willkommen bei Shannard Tarot. Ich möchte heute Tarot-Karten für euch legen. Es geht um den Zeitraum von Mitte bis Ende September 2024. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon ein bisschen was vorgelegt. Links sind die Karten für dich, rechts für das Gegenüber, Rollen können vertauscht sein. Ja, liebe Schützen, kommen wir hier zu den Orakel-Karten, damit starte ich ganz gerne. Wir haben hier das Nachdenken. Es gibt eine Situation, die sich in der zweiten Monatshälfte aufzeigt, die dich zum Nachdenken anregen möchte. Dann habe ich hier eine astrologische Karte. Das ist hier Mond und Venus. Ja, wir sehen hier eine Frau, die schaut in den Spiegel und das sind hier diese alten Klappspiegel. Da kann man sich sozusagen doppelt oder sogar dreifach sehen. Und während diese Frau hier reinschaut, sieht sie links sich selbst und rechts, ja. Links als fürsorgliche Mutter, rechts als elegante Dame, die sich schmückt, die ausgeben möchte, die sich präsentieren will. Ja, das kann hier klassisch natürlich auch bei einer Frau die Doppelrolle signalisieren. Einmal die Mutter und einmal die Frau als weibliches Geschöpf. Manchmal kann das auch in Spannung stehen. Ja. Manchmal können diese Emotionen, Bedürfnisse auch in Spannung stehen, ja. Auf der einen Seite habe ich hier Menschen, um die ich mich kümmern muss, ja, wo ich etwas zugesagt habe. Und auf der anderen Seite habe ich hier gewisse Vergnügen, denen ich folgen möchte. Und dann vergesse ich wieder das, was ich vorher zugesagt habe, weil ich fand das gerade irgendwie spannend und interessant, mich da jetzt in diese Richtung zu bewegen, ja. Es geht hier um diese Spannung oder Vereinbarkeit dieser zwei Bedürfnisse oder Pflichten vielleicht auch. Kommen wir hier zum Tarot. Es beginnt ja mit dem Page der Münzen und Fünfter Münzen. Fünfter Münzen ist so ein Verlust, ja, fehlen an Stabilität, vielleicht auch jemanden hängen lassen. Vielleicht hast du hier jemanden hängen gelassen oder du fühltest dich von jemandem hängen gelassen. Ich glaube, es ist eher ersteres, ja, dass hier irgendein Bruch passiert ist. Weil ich glaube, hier mit diesen Pagen der Münzen willst du wieder etwas reparieren, etwas wieder aufbauen, ja. Und mit dem Ast der Schwerter sprichst du hier irgendwas aus, ja. Du müsstest hier eine Klarheit reinbringen, etwas korrigieren. Entweder, weil du hier etwas gemacht hattest, wo du sagst, ich muss mich da vielleicht auch entschuldigen. Oder du wurdest hier, wie gesagt, sitzen gelassen, hängen gelassen, vernachlässigt und möchtest das jetzt hier mit dem Ast der Schwerter zur Sprache bringen, klären. Du willst es auf den Tisch bringen. Und dann folgen hier zehn der Schwerter. Ich weiß nicht, ich muss das hier noch klären, aber ich habe auf den ersten Blick den Eindruck, dass dein Versuch hier zur Aussprache dies selbst zu Fall bringen könnte. Dass du dir damit keinen Gefallen tust. Aber ich muss es noch klären. Hier auf der anderen Seite, ja, zeigt sich ein König der Münzen. Du bist dir als Page angezeigt. Es gibt hier eine gewisse Situation. Es betrifft hier eine gewisse Kooperation, Zusammenarbeit, Freundschaft, Unterstützung. Wo dein Gegenüber die ganze Angelegenheit entweder ernster nimmt, ernster genommen hat bisher. Oder in dieser Angelegenheit mehr zu sagen hat, mehr zu bestimmen hat. Wenn du jetzt hier der Angestellte bist und das ist dein Chef zum Beispiel. Das ist hier ein König der Münzen. So, und ich habe hier diesen Page der Kelche umgekehrt. Und diese fünf Kelche. Diese fünf Kelche sprechen ja von der Enttäuschung. Von der Enttäuschung, von der Traurigkeit in Bezug auf diese Zusammenarbeit. Vielleicht ging es hier um ein Treffen. Oder irgendein Arrangement. Genau, das ist hier anscheinend nicht, hat das hier nicht funktioniert. Ist geplatzt oder wie auch immer. Und dieser Mensch zeigt sich hier eigentlich nicht so offen für weitere Gespräche. Ja. Zeigt sich eher abgewandt. Findet hier keine netten Worte. Oder schenkt dir möglicherweise auch keine Aufmerksamkeit. Weil hier ist eine Enttäuschung. Bei diesem Gegenüber. Page der Kelche ist so ein Smalltalk. Ja, hallo, wie geht's? Ich habe letztens das und das. Ich habe vergessen, da zum Meeting zu kommen. Ist nicht so weiter schlimm. Ja, das ist so dieses oberflächliche Drumherumreden, um eine gewisse Diplomatie zu erschaffen. Ja, nach außen hin freundlich, höflich. Ja, aber den Rest denkt man sich hinter verschlossener Tür. So ist das hier. Und dieser Mensch ist gar nicht dazu gewillt, hier noch eine aufgesetzte Fröhlichkeit, Höflichkeit zu signalisieren. Weil die Enttäuschung ist einfach zu groß. Ich werde das jetzt hier klären, dann können wir das vielleicht näher eingrenzen, was hier eigentlich passiert. Der Page der Münzen und hier der Gehängte. Ja, der Gehängte hat ja auch viel mit Nachdenken zu tun. Man wird in den Gehängtenmodus stationiert, damit man angehalten wird. Etwas zu überdenken. Ja, eine gewisse Situation, ein gewisses Verhalten, das eigene oder das Fremde des anderen. Ja, du musst hier über etwas nachdenken. Denn es geht hier um diese 5 Münzen aus der Kelche. Das ist hier die dunkle Seite. Diese Karten haben zwei Seiten. Das ist die helle Lichte. Das ist die dunkle Seite. Ja, bei der dunklen Seite dieser Kelchkarte, da fehlt es an Gefühl. Ja, es ist zu viel Rationalität. Vielleicht auch. Ja, das ist so. Es hört mich nicht an. Es macht mich nicht an. Ich fühle mich da nicht hingezogen. Deswegen lasse ich hier etwas platzen. Lasse ich jemanden hängen. Ich interessiere mich nicht dafür. Ja. Entweder bist du hier betroffen oder wie gesagt, dein Gegenüber ist betroffen, weil du hier jemanden zurückgelassen hattest. Ja. Es fehlt dir hier das Gefühl. Wir haben hier auch auf der Karte hier einmal dieses Gefühlvolle. Ja, das Mütterliche. Und einmal dieses, ich mache einfach, worauf ich Lust habe. Jetzt gerade in dem Moment, weil das für mich besser passt. Ja. Nun, hier mit diesem aus der Schwert erzählen. Der Schwert, da willst du eine Klärung herbeiführen, um das Problem so schnell wie möglich aus der Welt zu räumen. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier um Geheimnisse geht mit der Hohen Priesterin. Und ja, ich glaube, im Verlauf wirst du feststellen, dass dieses Hängenlassen, Zurücklassen im Stich gelassen werden. Für dich oder für dein Gegenüber. Ich kann mich da wirklich nicht festlegen. Doch bedeutsamer sein wird, wie anfangs gedacht. Das heißt, es wird möglicherweise Konsequenzen haben, größere Konsequenzen, wie du in dem Moment dachtest. Ja, vielleicht dachtest du, das ist doch nur eine Kleinigkeit jetzt hier. Ist nicht weiter schlimm. Ja, du Optimismus vom Schützen. Aber nein, du stellst hier im Verlauf fest, dass das Ganze doch gewichtiger ist. Wir haben hier drei der Münzen, erst das Schwert da. Jemand hat dir hier auch was zu sagen. Jemand hat dir auch was zu sagen in Bezug auf diese Zusammenarbeit, diese Kooperation, diese Freundschaft oder dieses Gemeinsame. Ja, drei der Münzen ist auch eine Karte der Unterstützung. Da hat dir jemand auch was zu sagen, will ich hier auch was klären. Der Page der Kelche umgekehrt und hier der Hierophant ist eine Fünferkarte. Das heißt, für diesen Menschen ist das schon ernst, ja. Ernster wie für dich wahrscheinlich. Dieser Mensch sagt, diese Traurigkeit, dieser Verlust hier, dieses Hängenlassen, das hat hier eine Bedeutung, ja. Mit dem Hierophanten sagt dieser Mensch, wir haben doch hier eine Vereinbarung, wir haben einen Vertrag. Da kann man nicht einfach mal so und so lapidar irgendwas mal anders machen. Also hier der Page der Kelche ist so, ha 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 ha, nicht ernst nehmen, Schwamm drüber, Teppich drüber und der Hierophant sagt, nee, 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 Moment. Entschuldigung, kurze Unterbrechung, ich wurde unterbrochen. Ja, wie gesagt, dieser Mensch nimmt diese Situation, was hier passiert, wahr. Ich denke mal, es geht um eine vergangene Situation schon sehr ernst. Egal, ob es dich betrifft oder das Gegenüber und sagt, wir müssen jetzt Konsequenzen daraus ziehen. Sechster Münzen. Entweder wird dieser Mensch, wenn dich dieser Nachteil betrifft, zukünftig dafür sorgen, dass dir Gerechtigkeit widerfährt oder wenn dieser Mensch sich hier in dieser Situation benachteiligt fühlte, wird dieser Mensch sagen, zukünftig wird das hier anders laufen mit dem Schützen, ja. Fünf der Kelche, Rat des Schicksals, es kommt hier zu großen Veränderungen innerhalb dieser Verbindung, aufgrund dessen, was hier passiert war, ja. So, ich schaue mal, wie das hier weitergehen könnte. Ich habe den Eindruck hier mit sechster Kelche und mit den Liebenden, ist ja auch eine sechste große Arcana, dass du zum späteren Zeitpunkt mitbekommst, ja, je nachdem du nachgedacht hattest, dass dir diese Verbindung sehr, sehr wichtig ist, dass du sie auf jeden Fall aufrechterhalten möchtest, ja. Ja, hier nimmst du das nicht so ernst, ja, diesen Vorfall, was auch immer hier passiert war, fünfter Münzen, fünfter Kelche, irgendein Bruch, doch du merkst, nein, nein, wir müssen hier an dieser Verbindung dranbleiben, diese Verbindung ist wichtig für mich. Ja, mit sieben der Schwerter und Ass der Schwerter lässt du dir irgendwas einfallen, ja, das sind ja Kommunikationskarten, Gedankenkarten. Du lässt dir hier irgendetwas einfallen, um die Situation zu bereinigen, zu retten oder aufzufrischen. Mit sieben der Schwerter kann das natürlich auch für gewisse Tricks stehen, ja, hier unter der Hohen Priesterin, dass du hier auf eine raffinierte Idee kommst, wie du hier das Ganze handeln könntest. Aber du wirst auf jeden Fall das mit Worten tun, mit Kommunikation wirst du das tun. Ja, hier dein Gegenüber, zwei der Schwerter, also es ist so 50-50, wie dieser Mensch dann reagiert, wird darüber nachdenken. Ich glaube, dass dieser Mensch erstmal dranbleibt, ja, dieser Mensch wird jetzt hier nicht diese Verbindung aufkündigen. Wie gesagt, wenn der Schaden hier zu Lasten deines Gegenübers war, wird dieser Mensch hier weiter dranbleiben. Wenn der Verlust auf deiner Seite war, wird dieser Mensch hier auch zusehen, dass es hier wieder neue Möglichkeiten für euch gibt, ja, neu anfangen zu starten, neu zu beginnen oder auf einer guten Basis weiter fortzufahren. Hier ist die Teufelskarte, ja, kann einerseits dafür stehen, dass dieser Mensch auf dich nicht verzichten kann und möchte, kann dafür stehen, dass dieser Mensch hier durch diese Gespräche, durch das, was vorgefallen war, zu der Erkenntnis kommt, dass es hier auch ungesunde Strukturen zwischen euch gibt, die behoben werden müssen. Aber die Bereitschaft ist schon da, also hier mit diesen Pagen, mit dem Ritter der Münzen, die Bereitschaft ist schon da, das Ganze irgendwie sauber zu halten, ja, transparent zu halten, dass hier etwas trotzdem bestehen bleibt, dass es nicht zu Bruch geht. Also der Anspruch ist schon da. Es ist wichtig, dass du hier mit diesen sieben Schwertern auch irgendwo ehrlich bleibst, auch ehrlich dir gegenüber, ja, weil, wir haben hier zwei der Schwerter, ja, also dieser Mensch kann ein drittes Schwert zücken und dann sich auch gegen dich entscheiden. Je nachdem, wie gewichtig diese Situation hier ist, ja, ein bisschen heikel ist sie schon, lieber Schützen. Dann beende ich das hier an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen September. Macht's gut und vielleicht bis bald wieder. Ciao.